Der nächste Redner ist derweil Gottfried Curio, innenpolitischer Sprecher der AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, viele Hunderttausende abgelehnter Asylbewerber werden weiter vollversorgt. Dafür wurde der absurde Status einer Berechtigung der Unberechtigten erfunden, die Duldung. Viele sind aber selbst nach diesem pervertierten Rechtsverständnis abzuschieben, vollziehbar. Was aber geschieht? Die Zahl der Abschiebungen sinkt immer weiter, die Zahl der Ausreisepflicht steigt. Jede zweite Abschiebung scheitert. Die Leute tauchen ab, leisten Widerstand, greifen die Polizei an, oder einer ruft plötzlich nach dem Arzt. Er fühlt sich nicht gut, und diese Leute kassieren weiter. Der Bürger, der das hört, fühlt sich noch viel weniger gut. Wie wird hier mit Recht und Ordnung wie mit dem vom ihm erarbeiteten Steuergeld umgegangen, meine Damen und Herren? Die Koalition hat nun an vielen kleinen Stellschräubchen ein wenig gedreht. Über 50 Seiten Gesetzentwurf sind das. So schwer ist es unter dieser Regierung, geltendes Recht durchzusetzen. Jüngst wurde der Entwurf noch erweitert. Die Polizei dürfe sogar die Wohnung des Abzuschiebenden betreten, zum Zwecke seiner Ergreifung. Was für eine Klarstellung! Ja, wenn nötig, dürfe man die Wohnung sogar durchsuchen. Was für harte Jungs wir doch im Innenministerium haben! In Berlin nämlich lässt die SPD Abschiebungen einfach nicht mehr regelrecht durchführen. Unterkünfte dürfen nicht mehr betreten werden, auf Zwang soll verzichtet werden. Die Polizei wird dem Asylbetrüger wohl eine Einladung aussprechen, sich doch am Abschiebungsvollzug bitte zu beteiligen. Kultursensibel, definitiv unrassistisch. Vermutlich stärkt das sogar den Zusammenhalt zwischen diesen Herrschaften und ihrer Beute, dem deutschen Sozialstaat. Es fehlt aber am politischen Willen, tatsächlich die Hunderttausenden Unberechtigten wieder aus dem Land zu bringen. Stattdessen belässt das neue Duldungsgesetz die Abgelehnten durch Spurwechsel im Land. Man ist dann mal in Ausbildung. Und Abschiebungen scheitern oft, weil die Personen gewarnt werden. Reaktion im Gesetzentwurf? Weitgehende Straffreiheit für das Durchstechen des Termins. Das Gesetz lässt seine eigene Vereitelung straffrei. Vielmehr muss man darüber schon nicht mehr sagen. Wenn Abschiebung so schwer ist, sollte man vielleicht mal die Grenze schützen, statt Hunderttausende weiter ungehindert reinzulassen. Auch der Ruf Frontex stärken bringt keinen Grenzschutz. Dort registriert man nur und winkt durch. In Wahrheit will die GroKo die Masse der Illegalen in Deutschland behalten. So wird die Spaltung der Gesellschaft weiter vorangetrieben. Am Wohnungsmarkt, wo es dann für deutsche Niedrigverdiener zu wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Am Arbeitsmarkt, Konkurrenzkampf, Lohndumping. Bei der gelebten Heimat, wo mit vieltausendfacher kulturfremder Zuwanderung geprägter Lebensraum von lang her ererbt, Unwiederbringlich verloren geht. Bei der zugehörigen Diffamierung von jedem, der das Ganze inklusive Heimatverlust und finanzielle Beraubung nicht toll findet. Wir sagen Schluss damit. Mit diesem Gesetz soll noch einmal Arbeitsfähigkeit vorgetäuscht werden. Aber was für Verrenkungen und was für Regelungsakrobatik. Statt einfach zu sagen, Grenze wird ab jetzt gesichert. 16a Grundgesetz gilt wieder. Syrienkrieg ist aus. Bei Kriminalität Ausweisung. Für schutzbedürftige Sachleistungen. Integration in Richtung Heimatland. Doch nichts von alledem. Eine grundsätzliche Wende hin zum Effektiven ist nicht erwünscht. Stattdessen wird dieser kleine Tausch zwischen Koa-Kumpels vorgenommen. Ein bisschen Recht im Abschiebungsgesetz gegen Unrecht im Duldungsgesetz. Alle Wege dieses programmierten Misslingens führen ins Dauerbleiberecht samt Familiennachzug, samt überwiegend staatlicher Alimentation ein jährliches zigzehnmilliardengrab. Nein, meine Damen und Herren, die Fortsetzung dieses Koalitionsversuchs ist nur noch ein Trauerspiel. Deshalb Schluss damit. Dauer-Groko ist Trauer-Groko. Anderthalb Jahre Regierungsbildungsversuch sind genug. Die demokratische Legitimation ist verbraucht. Geben Sie die Entscheidung wieder zurück. Zurück in die Hand des Souveräns. Gottfried Curio für die AfD-Fraktion.